Überall in den Abors der Welt brennt noch Licht. Überall in den Abors der Welt brennt noch Licht. Überall in den Abors der Welt brennt noch Licht. Bei Bayer, Höchst, Schering, BASF, Dow Chemicals beugen sich junge gut aussehende Wissenschaftler über ihre Zellkulturen. Abors der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020